Ich werde Ihnen die Haut abziehen und Sie an einen Baum nageln. Ihre Schmerzen werden Geschichte schreien. Wie es aussieht, werden Sie bald viel Zeit mit Ihrem geliebten Öl verbringen. Neues Ziel erfasst. Was machen Sie denn da mit dem Lenksystem? Oh, ich nehme nur ein paar Änderungen vor. Das kann er nun wirklich nicht überliebt haben. Emrico, warum hast du das Ölfeld eigentlich gesprengt, Kumpel? Hast du den Verstand verloren? Die Beute unserer kleinen Revolution. Dieser fossile Schlamm hätte einen Weltkrieg ausgelöst. Und weißt du was, Sheldon? Ich habe keine Lust auf eine Apokalypse. Nur damit irgendein Fettsack in Washington mit seinem SUV in die Berge fahren kann. Ich fürchte, die Agentur sieht das ein bisschen anders. Hast du eine Ahnung, was das Öl wert war? Sicher. Aber nicht genug, um dafür zu sterben. Rosarico, das ist ein verdammt gutes Argument. Vermutlich. Und es muss ja keiner wissen. Man erfährt schließlich immer nur das Nötigste, oder? Stimmt. Hätte ich wissen müssen. Aber was wird aus Panau? Tja. Nachdem das Öl futsch ist, haben alle anderen das Interesse verloren. Panau bekommt einen USA-freundlichen Präsidenten. Und wir behalten den Fuß in der Tür nach Südostasien. Der Heimat der besten Barbecues der ostindischen Inseln. Hossa! Auf eine bessere Zukunft! Cheers, Leute! Auf eine bessere Zukunft! Das war der einfachste Endkampf ever. Äh, Just Cause, yeah! Top Agent, äh, yeah! Was ist das genau? Äh, Top Agent, Just Cause, complete, blah, blah, blah. Ne. Ja, können wir mal gucken. La, la, la. Nun, Top Agent, Bonus for completing the game and normal difficulty. Ja, geil. Ganz schön viele 3D-Artisten. Super would you like? Super. 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 In아bee styles. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erfolgreiche Festungsübernahme, 9 Gemeisterte Herausforderungen, 12 Entdeckte Locations, 166 Abgeschlossene Locations, 128 Gesammelte Ressourcenobjekte, 938 Gebogene Gruppenobjekte, 29 Zerstörte Baby Panache, Statuen, 24 Eliminierte Curls, 23 Fortschritt, 38,95% Drücken Sie Enter, um den Söldner-Modus zu starten Boom Ja, Söldner-Modus denke ich mal Halt Als Söldner Ne, gibt keine Missionen mehr Die man machen kann Keine Hauptmission Sei vorsichtig damit Das war der Fail-Anfang eines Söldner-Spiels Söldner-Modus Glückwunsch, Sie haben Just Cause 2 erfolgreich absolviert Natürlich erwartet Sie im Panau Trotzdem noch jede Menge Arbeit Im Söldner-Modus ist ganz Panau Ihre Spielwiese Ganz ohne Story, es zählt nur der Chaos Erlegen Sie weiterhin Missionen Und verursachen Sie Chaos, um Ihren Gesamtfortschritt zu erhöhen Erreichen Sie 100%? Nö, für wegen Bug Ist schon ein Fail Oder, ne, ist ein Win Voller Win Geht genau dann weg, wenn ich mit dem Lesen fertig bin Ey, hat so eine Spracherkennung, das scheiß Teil Äh, ja Aber hier mach ich jetzt erst mal Schluss Und dann sehen wir uns das nächste Mal wahrscheinlich Mit einem Charakter-Mod Also, dann sehe ich anders aus Äh, wahrscheinlich Wenn ich's nicht vergesse oder so Das heißt, ich hoffe, jetzt hat euch gefallen Und vielen Dank fürs Ansehen des LPs Bis hierhin Wer also noch, äh, mich sehen will Wie ich ein paar Dinge zerstöre Und ein paar Gruppen-Missionen mache Der kann noch gerne weitergucken Äh, der Rest, äh, für die ist das LP halt beendet Ja Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal Oder auch nicht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal